Puh, jetzt haben wir schon eine Zeit lang am Vitalweg in Holzkau und eigentlich bin ich schon ein bisschen müde und dauernd. Normalerweise trink ich jetzt hier einen Espresso, aber ich habe eine bessere Idee. Wir machen jetzt den kneipianischen Espresso und dann zeige ich euch, wie der funktioniert. Wir fahren mit der ersten Hand rein, mit der zweiten, bleiben so lange drin, bis wir ein leichtes Kältegefühl spüren und gehen dann langsam wieder raus. Zweite Hand, nur abstreifen, nicht abtrocknen und dann einmal übernacken fahren und fühlen uns dann eigentlich wieder frisch. Das kann man nicht nur jetzt hier in diesem wunderschönen Steinbecken machen, sondern auch zu Hause unter dem laufenden Wasserhahn. Somit habt ihr einen 100% koffeinfreien Muntermacher. Ja. 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 Ja.